Die private Altersvorsorge steht ja im Moment gerne mal wieder in der Kritik, was für mich relativ unverständlich ist. Ich sage auch warum. Wenn man sich eine Situation anschaut oder auch eine Lösung, was ja die private Altersvorsorge wie Riester und Rürup sein soll oder ist, wenn man sich das anschaut, dann darf man sich das nie losgelöst anschauen, sondern man muss sich immer anschauen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen. Und dazu gekommen ist es ja wie folgt, unsere Sozialversicherungssysteme funktionieren ja etwa so. Das ist ja keine Überraschung. Also die einen zahlen ein und die anderen nehmen raus. Und ungefähr so ist das Verhältnis heute auch in Deutschland. Es gibt dreimal so viele, die einen zahlen, wie welche die rausnehmen. Und was man an dieser kurzen Grafik doch sehr gut erkennen kann, ist, wie abhängig die rechte Seite von der linken ist. Das hat natürlich der Gesetzgeber schon vor vielen, vielen Jahren erkannt. Und der Gesetzgeber musste eine Alternative bieten. Er musste und zwar eine Alternative, die massentauglich ist. Massentauglich ist kein Gold, ist keine Immobilie, nix. Wie soll denn eine alleinerziehende Mutter überhaupt auf die Idee kommen, oder eine Hausfrau eine Immobilie zu kaufen? Außerdem darf man die Leute auch nicht falsch motivieren, weil jeder, der vielleicht jemanden kennt, ein Pärchen, was mal ein Haus hatte oder eine Immobilie oder eine Wohnung hat sich getrennt, der weiß, dass das nichts mehr mit Vermögensaufbau zu tun hatte. Und auch nichts mit Altersvorsorge, sondern dass das eine mittlere bis große Katastrophe geworden ist. Der Gesetzgeber hat das also erkannt und hat gesagt, wir müssen etwas tun. Wir brauchen Anreize und fördern die private Altersvorsorge. Und warum das so sinnvoll ist und warum aus meiner persönlichen Sicht der Staat das genial gemacht hat, ist folgendes. Früher war doch Altersvorsorge, wenn man es überhaupt so nennen konnte, reines Privatvergnügen. Du hast eine Lebens- oder Rentenversicherung bespart, aus bereits versteuertem Einkommen und hast hinten eine steuerfreie Auszahlung bekommen oder eine Rente, die nur mit dem Ertragsanteil versteuert wurde. Mit wirklicher Vorsorge hatte das nichts zu tun. Jetzt hat man sich überlegt, wir wollen die Menschen motivieren, etwas zu tun. Also bisher war es so, gespart, gespart, gespart und dann hier eine Rente genommen, zumindest wenn es als wirkliche Altersvorsorge gedacht war. Weil eine Einmalauszahlung zu nehmen, das macht ja relativ wenig Sinn, weil niemand weiß, wie alt man wird. Und wenn man sagt, der durchschnittliche Bürger wird, was weiß ich, 75 Jahre, ja, dann heißt das ja einer, dass für jeden, oder heißt das ja, dass für jeden, der mit 50 vielleicht mit einem Baum sich um, sich mit einem Auto um einen Baum gewickelt hat, dass ein anderer du vielleicht 100 werden musst. Das, also, Altersvorsorge bedeutet lebenslanges Einkommen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen staatlich geförderter Vorsorge? Naja, man spart halt etwas mehr, beziehungsweise jemand spart mit, spart mit, spart mit, spart mit und dann gibt es eben eine höhere Rente. Und zwar egal jetzt, ob das Riester ist, wo du Zulage bekommst, direkt auf den Vertrag oder ob du, weil du Großgutverdiener bist, ob du es als Steuervorteil bekommst oder ob du eine Basisrente abgeschlossen hast. Nehmen wir an, du hast 200 Euro eine Basisrente abgeschlossen, kriegst am Jahresende 600 Euro vom Finanzamt wieder, dann ist das ja so, als hast du im Monat nur 150 investiert, weil es zählt ja nur, wie viel Geld hat deine Tasche verlassen. So, das heißt also, ich habe hier eine Altersvorsorge, die Achtung allerdings jetzt versteuert werden muss. Aber auch nicht so, wie es in den Kommentaren auch zu meinen Videos gern gemacht wird. Riester muss ja später mal versteuert werden. Ja, klar. Aber nicht pauschal mit einer Abgeltungssteuer, sondern immer mit dem persönlichen Steuersatz. Und die wenigsten werden einen hohen persönlichen Steuersatz haben leider, weil die wenigsten ordentlich vorsorgen. Das heißt, hier geht dann ein bisschen Steuer ab. Vielleicht hat es auch einer gut gemacht und hat es wirklich richtig gemacht und erbt vielleicht noch ein bisschen was. Und es wird ein bisschen mehr Steuern abgezogen. Aber es wird nur in den aller, aller, aller seltensten Fällen, wird die staatlich geförderte Vorsorge trotz der Versteuerung später schlechter sein als eine private Vorsorge. Also unterm Strich wird man damit immer besser fahren. Und deshalb hat das der Staat auch richtig gemacht. Und er hat es auch insofern richtig gemacht, weil wenn hier hinten das Steuer freigeblieben wäre, dann hätten wieder die, nicht die Rechten, sondern die Linken, hätten dann eben wieder gejammert von wegen, ah, die Reichen dürfen immer ihr ganzes Geld behalten. Meine persönliche Überzeugung ist, das, was der Staat gemacht hat, mit Riester, mit Rürup, hat er sensationell hingekriegt. Kein anderes Land auf diesem Planeten hat das so toll gemacht. Es ist nicht perfekt, keine Frage. Aber es ist auch keine Alternative zu sagen, machst du mal Fonds, kannst du machen, mach doch einfach eine fondgebundene Riester oder eine fondgebundene Basisrente. Dann hast du doch eben beides. So, das ist zumindest meine Meinung. Vielleicht gibt es wieder Diskussionen. Ich weiß es nicht. Für mich ist das natürlich eindeutig. In diesem Sinn, schönes Wochenende. Ciao.